Ist euch auch schon mal aufgefallen, dass einige Menschen niesen müssen, wenn sie in die Sonne schauen? Aber warum ist das eigentlich so? Wenn wir in die Sonne schauen, dann wird unser Sehnerv elektrisch erregt. Und bei einigen Menschen liegt der Sehnerv sehr dicht am Trigeminusnerv. Und bei einigen Menschen kann es sein, dass nun die elektrische Erregung des Sehnervens auf den Trigeminus übergreift. Und dann muss man niesen. Wir Ärzte nennen das photisches Niesen. Also niesen bei einem Blick in das Licht. Einige Menschen müssen übrigens auch niesen, wenn sie sexuell erregt werden. Wenn ihr dafür die medizinische Erklärung haben wollt, dann schreibt mir das in die Kommentare. Dann mache ich dazu ein Video. Und vergesst nicht mir zu folgen für weitere Informationen rund um eure Gesundheit.